Ja, wir fangen doch morgen wieder um 10.30 Uhr an zu streben. Also wie gesagt, alles locker flockig. Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. So. Ich bin gerade da bloß ein bisschen falsch gefahren. So. 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 dann. So. 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 Produktion. So. 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 Aqui. So. 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 Was fährt denn alle auf mich drauf? Habt ihr das Fahrer verlennt oder was? Kommst du heute Abend trotzdem? Später. Okay. Die Werft war alles nett. Die Werft sieht anders aus. Definitiv. ja jetzt habe ich mir wohl voll verbrannt okay gibt mir die bretter ach die bretter kann ich ja gerne verkaufen ist ja auch okay was kann man denn noch produzieren aus den entdingern und anders sage ich nicht nein ich glaube ich hätte das mit halber verkaufen soll jetzt im aufgepasst war jetzt der jetzt der jetzt alter der kleine was der ziehen kann also schon verrückt voll da verließen sie ihn da bringen wir gerade mal den rest gucken ob noch irgendwas an bretter bretter an die liebe achterbahnbruch ob da noch was gutes mal 20.000 das ist schon was das ist schon was das ist schon was Schauen wir mal noch hier Oh, guck mal da oben, dein Nebel Ist das ein Nebel in den Gebirgen? Moin Elias, schön, dass du da bist, willkommen Na? Wie geht's dir? So Kommen wir sie weg Ja, wir kriegen sie weg Schön Achso, ich soll es mal weiter vorfahren Oh, mein Gott, ey Ja, ich wollte mal was anderes Nicht immer nur denselben Denselben Gramm fahren So Können wir den Kredit gleich nochmal zurückbezahlen So, jetzt kommen die langen Bretter dran Richtig Langen Bretter Markierung setzen Sägewerk Lange Bretter Perfekt Ja gut, ich sag mal so Ich hab den Zer Oder generell die Gangschaltung Noch nicht richtig eingestellt Also Kupplung muss ich zwar schon treten Ist aber ein schönes Ding Ist aber auch ein schönes Teil Zwei Kurz Gucken wir mal Eine andere Frage Ähm Äh Im 22er Oder real life Okay, ehrlich gesagt Ich Weiß nicht, ob du ja Real Heißt du Bei mir Bei mir hier In der Umgebung Da wird nur Fend Fend Ähm Klaas New Hollander Äh Was hab ich noch Aber so selten im Magen Fahren bei mir Sehr wenige rum Also wenn ich Nächstes Mal Eine Fahrradtour Mach Oder Fahrrad Fahre Mach ich mal ein paar Bilder Dann setze ich die mal Bei mir im Discord Mal mit rein Also ich finde immer Die Die Standard Magen Die kennt man alles So, aber die Neueren Ja Das heißt die Neueren Den Z Also die Müsste mal gucken Ja, es ist doch wieder Klar Meine Güte Ey, hier geht nicht Links nach Diese KI Da Ey, ich schwör Jetzt Ich bin schon einmal Geblitzt worden Ah, dann gleich hat der Manu Wieder was zum Clip Zweites Mal geblitzt Fahrkünste Die alten Sitter Haben ja noch Denkraten Gang Schon ein bisschen Gewöhnungsbedürftig Oh Gott Ja Ähm Ich finde Den hier auch ein bisschen Gewöhnungsbedürftig Ähm Wie gesagt Ich weiß nicht Ob das so in dem Wie gesagt In dem realen Draußen ist Ähm Weil ich habe ja hier In der Gangschaltung Warte mal Ich schalte es mal Gleich nochmal weiter runter Guck mal Guck mal L5 5L Sind die nicht ein bisschen Gesplittet Oder so Weil ich habe hier Jede Fahrstufe halt Ne Aber warum habe ich es da noch einmal drin Das verstehe ich nicht Ach Das ist das Ja Glaub ich dir Manu muss es wissen Boah Okay Okay Das wird nicht gehen. Ich fahr hier grad den Scheiß zusammen, ich weiß. Ich bin jetzt grad der der Schlauste heute. Mann, ich schlade doch grad Balken, oder? Okay. Scheiße, ich schlade grad Holzbalken. Oh, das gibt's doch heute nicht, ey. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, hab noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Bartalo. Ciao, ciao.